Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Heute wollen wir nichts großartig Besonderes machen. Irgendwie sieht das ganz komisch aus an meinem Arm. Was ist das? Egal. Darum soll es heute nicht gehen. Ich habe nämlich eigentlich nur eine Frage an euch, den, äh, ja. Ich habe letztendlich eine Umfrage erstellt, weil anonym ist es natürlich immer ein bisschen leichter zu sagen, was einem nicht gefällt, weil ich weiß, dass es manchmal schwierig ist zu formulieren, was einem nicht gefällt, wenn man halt sieht, von wem es ist, weil es klingt natürlich immer erstmal gemein, wenn man sagt, hey, das und das gefällt mir gerade nicht so bei dir. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht schlau, so eine anonyme Umfrage zu machen, denn da kann man halt einfach die Seele komplett rauslassen und es wird keiner verletzt, letztendlich. Also ich bin auch offen für alles, ne? Also es geht darum, ich habe natürlich gemerkt, dass in letzter Zeit die Aufrufe von meinen Videos deutlich zurückgegangen sind. Statt 40 habe ich jetzt nach 24 Stunden irgendwie 10 und ich bin also teilweise sogar nicht mal und ich bin natürlich trotzdem dankbar für jeden, der das hier anschaut und so. Trotzdem finde ich es komisch, wo sind die Leute auf einmal hin? Und ich würde gerne wissen, ob es an mir liegt oder ob es einfach daran liegt, dass Leute zum Beispiel keine Zeit mehr haben und das ist dann die Frage in der Beschreibung. Also als zweiten Punkt habe ich dann auch, dass man mir dann sagt, okay, was könnte ich vielleicht noch besser machen? Und als dritten Punkt kann man auch noch Video-Vorschläge machen, wenn man möchte. Die anderen beiden Fragen sind aber Pflicht. Und demnach, es wäre total toll, wenn ihr das einmal ausfüllen könntet. Das würde mir total weiterhelfen, weil, wie gesagt, ich möchte einfach wissen, liegt es an mir oder sind es total banale Gründe, warum Leute vielleicht aktuell meine Videos nicht schauen können, obwohl sie es vielleicht gerne möchten. Weil das kenne ich ja von mir auch, dass ich gerne Leute schauen würde, aber es einfach gerade zeitlich vielleicht nicht so passt. Aber wenn am Ende rauskommt, ey, das könntest du besser machen und XYZ spricht mich gerade bei dir einfach nicht an, dann könnte mir das hier schon weiterhelfen, weil dann könnte ich das ändern und dann könnte ich die Leute vielleicht wieder abholen. Und das wäre doch voll cool. Wisst ihr, wenn hier nur drei Leute zuschauen oder so, dann ist es halt schon so, ich könnte dann auch für mich spielen. Da ist es den Aufwand halt auch einfach nicht wert, ja, tatsächlich mit dem Aufnehmen, Schneiden, Hochladen, Thumbnail machen, bla bla bla. Weil es ist ja schon viel, was ich hier mache und ich bekomme ja außer Aufrufe zum Beispiel kaum was zurück. Okay, ich kriege manchmal Kommentare, ist aber auch weniger geworden. Das war es ja dann schon fast. Deswegen möchte ich natürlich auch, dass Leute mir in irgendeiner Form zuschauen, weil sonst, wie gesagt, könnte ich auch einfach für mich spielen. Würde aufs Gleiche hinauslaufen. So, deswegen möchte ich einfach nur wissen und verstehen, warum ist das aktuell so und ist das eine Sache, die ich beheben kann oder eben nicht. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt in der Videobeschreibung mit dieser Umfrage. Am Samstag kommt man die 100 Baby Challenge, wie gewohnt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und Tschüss!